So, Jesus wird es wahrscheinlich wissen. Und in der nächsten Lektion werden wir sehen, wie man feststellen kann, dass die Erde nicht zu alt ist. Wenn du Milliarden Jahre brauchst für deine Theorie, es tut mir leid, es stimmt nicht. So, nach der Pause werden wir weitermachen mit dem Alter der Erde. Danke. Welcome to our second session. The Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. When was the beginning? Hebrews chapter 1 says, and thou, Lord, in the beginning, hast laid the foundation of the earth. How old is the earth? The Bible says, Jesus created all things in heaven and earth. Die Bibel sagt, Jesus hat alle Dinge auf Himmel und Erde geschaffen. So, Jesus should know the age of it. So, Jesus sollte das Alter kennen. He's the one who did it. Er hat's gemacht. And Jesus said in Matthew 19, 4, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Und in Matthäus 19 lesen wir, dass der, welches ihm Anfang schuf, sie männlich und weiblich schuf. Was that the beginning, when God made Adam and Eve? War das der Anfang, als Gott Adam und Eva schuf? The same thing is taught in Mark 10, 6. Und dasselbe wird in Mark 10, 6 gelehrt, von Anfang der Schöpfung, aber schuf Gott sie männlich und weiblich. The Bible says death came because of man's sin. Und die Bibel sagt, der Tod kam durch die Sünde des Menschen. Nothing died until Adam sinned. Und nichts starb, bis Adam sündigte. The Bible is very clear about this. Und die Bibel ist hier sehr klar. And the Bible says Adam was the first man. Die Bibel sagt, Adam war der erste Mensch. And Adam was 130 when his son was born. Und Adam war 130 Jahre, als sein Sohn geboren wurde. And he was 105 when his son was born. Und er war 105 Jahre, als Enos geboren wurde. And Enos lebte 90 Jahre and begat Canaan. Und Enos lebte 90 Jahre und zeugte Canaan. If you add up the dates in the Bible, it comes to about 4,000 B.C. Und wenn du diese Alter in der Bibel zusammenzählst, dann kommst du ungefähr auf 4,000 Jahre vor Christus. Not millions of years ago. Nicht Millionen von Jahren. This chart is hanging on my long chart up there. Und diese Karte hängt an meinen Seminarunterlagen. The Bible dates add up to about 6,000 years ago. Und die Bibel sagt, die Schöpfung geschah ungefähr vor 6,000 Jahren. Und 4,400 Jahre there was a flood. Und 4,400 Jahre früher war die Flut. Textbooks in school say the earth is billions of years old. Und die Schulbücher sagen, die Erde ist Milliarden von Jahre alt. Somebody is wrong. Jemand irrt sich. Very seriously wrong. Und zwar sehr. I don't put an exact date and say it was 4,004 B.C., October 23rd at 2 in the afternoon. Ich nenne nicht ein exaktes Datum. Das war 4,004 vor Christus am Nachmittag. But this is the approximate date you get from the dates in the Bible. Aber das ist das ungefähre Alter, wenn du die Zahlen in der Bibel addierst. Atheists often ask me the question, who did Adam's sons marry? So, Atheisten fragen oft, ja, wen haben denn Adams Söhne geheiratet? That is a fair question. Das ist eine faire Frage. The Bible says Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Eden and knew his wife and she conceived. Und Cain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande nordöstlich von Eden und Cain erkannte seine Frau und sie war schwanger. Who was his wife? So, wer war seine Frau? It doesn't say he found her there. Die Bibel sagt nicht, dass er seine Frau im Lande Nord gefunden hat. Who did Seth marry? Wen hat Seth geheiratet? That is a good question. Das ist eine gute Frage. But the evolutionists have a serious problem. Aber die Evolutionisten haben ein ernsthaftes Problem. They believe 18 or 20 billion years ago there was a big bang. Sie glauben vor 18 bis 20 Milliarden Jahren gab es einen großen Knall. And 4.6 billion years ago the earth cooled down. Und vor 4.6 Milliarden Jahren kühlte sich die Erde ab. And then millions of years of rains created the oceans. Und dann Millionen Jahre lang hat es geregnet und schuf so die Ozeane. This is what the textbooks teach. Das ist was die Schulbücher lehren. And swirling in the waters of the oceans is a bubbling broth of complex chemicals. Und es befand sich in dem herumwirbelnden Wasser der Ozeane eine sprudelnde Brühe aus komplexen Chemikalien. Und die Entwicklung von einer komplexen Suppe bis zu einem lebendigen Organismus ist sehr langsam. Und das heißt die ersten Systeme mit der Fähigkeit sich selbst zu vervielfältigen müssen in dieser organischen Suppe entstanden sein. Das ist die Evolutionstheorie. 20 Billion years ago there was a Big Bang. Vor 20 Milliarden Jahre ein großer Knall. 4.6 Billion years ago the Earth formed. Dann formt sich die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. And the oceans formed in the ocean. It rained on the rocks for millions of years. Dann regnet es Millionen von Jahre auf die Felsen. Und hat sie in Suppe verwandelt. So a great, 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 great Grandfather is Suppe. Das ist die Urknalltheorie. So, wen heirateten die Söhne Adams? The Bible says Adam lived after he begat Seth 800 years and begat sons and daughters. Die Bibel sagt, nachdem Adam Seth gezeugt hatte, lebte er noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. How many children could you have in 800 years? Wie viele Kinder kannst du haben in 800 Jahren? Several. Viele. Einige. A friend of mine from Arkansas has 13 children in 13 years. Ein Freund von mir aus Arkansas der hat 13 Kinder in 13 Jahren. In 800 years you could have many, many children. Und in 800 Jahren kannst du sehr viele, viele Kinder haben. So in the first generation they married sisters. In der ersten Generation heirateten die Söhne Adams ihre Schwestern. There was no other choice. Es gab keine andere Wahl. Who would you report them to? Ja, auf wem hättest du das gemeldet? There were no laws against marrying sisters till 2,500 years later. Es gab keine Gesetze gegen das Heiraten von Geschwistern bis 2,500 Jahre später. They did not need any laws against it. Und sie brauchten auch damals kein Gesetz dagegen. There were no deformed chromosomes. Es gab keine kaputten Chromosomen. You would not have deformed children. Du hast keine missgebildeten Kinder. Everything about you is inherited. Alles in dir ist vererbt. Even having children is hereditary. Sogar Kinder zu haben ist vererbt. If your parents don't have any children you won't either. Und wenn deine Eltern keine Kinder gehabt hätten dann hättest du auch keine. People say you can't marry sisters. What about genetic similarity? Who says? Many people say you can't marry sisters because of genetic similarity. Ja, du kannst keine Geschwister heiraten, sagen Leute, wegen der genetischen Ähnlichkeit. Adam married his rib. Aber Adam heiratete seine Rippe. It's not a problem in the first generation. In der ersten Generation war das kein Problem. You won't notice this reading your Bible. Und wenn du deine Bibel liest wirst du Folgendes bemerken. But Adam lived long enough to know his great, 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 great grandson. Imagine a family reunion back in those days. Everybody hop on the camel. Jeder auf aufs Kamel. We'll go visit great, 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 Grandfather Adam. Lasst uns Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur Adam besuchen. The textbook says the Earth is billions of years old. Die Schulbücher sagen, die Erde ist Milliarden von Jahre alt. Jesus said the creation of Adam was the beginning. Aber Jesus sagt, die Erschaffung Adams war der Anfang. Was he lying? Lügte er? Er log er? Did he not understand modern science? Hat er keine Ahnung gehabt von moderner Wissenschaft? Or was he right? Oder hatte er recht? How old is the Earth? Wie alt ist die Erde? The textbook says billions of years ago. Die Schulbücher sagen Milliarden von Jahren. Are the students being taught this in your town? Und die Studenten werden oder den Schülern wird das beigebracht hier in deiner Stadt. Even some Christians are saying the Earth is billions of years old. Und es gibt sogar Christen, die das lehren, dass die Erde Milliarden von Jahre alt ist. This is a serious problem. Es ist ein ernstes Problem. The teaching of billions of years puts death before sin. Diese Lehre setzt den Tod vor die Sünde. Now you have a heresy. Jetzt hast du eine Irrlehre. The Bible says death came because of Adam. Die Bibel sagt, der Tod kam wegen Adam. It was man that brought death into the world. Es war der Mensch, der den Tod in die Welt brachte. The Bible is very clear on this topic. Und die Bibel ist hier sehr klar. The Bible says death is an enemy. Und die Bibel sagt, der Tod ist ein Feind. Who cares about the age of the Earth? Und wem ist das Alter der Erde wichtig? I think the credibility of Genesis is at stake. Hier geht es um die Glaubwürdigkeit vom ersten Buch Mose. Jesus quoted Genesis 25 times. Jesus hat aus dem ersten Buch Mose 25 mal zitiert. Jesus believed in Genesis. Jesus glaubte an das erste Buch Mose. Almost every other book in the Bible refers to Genesis. Und fast jedes andere Buch in der Bibel bezieht sich auf erstes Buch Mose. This is a serious subject. So, das ist eine ernste Angelegenheit. The evolutionists really care about this theory. Aber die Evolutionisten, für die ist es sehr wichtig. If you take away billions of years, their theory looks very silly. Wenn du ihnen die Milliarden von Jahren wegnimmst, dann sieht ihre Theorie ziemlich blöde aus. Jesus said, had you believed Moses, he would have believed me. He wrote of me. Und Jesus sagte, hättet ihr Mose geglaubt, dann hättet ihr geglaubt, was von mir geschrieben steht. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Und es gibt viele wissenschaftliche Methoden zu zeigen, dass das Universum nicht Milliarden von Jahren alt ist. Die Bibel lehrt klar circa 6,000 Jahre. Let's look at some scientific evidence. In 1999, the world population crossed over 6 billion. 1999 wuchs die Weltbevölkerung auf über 6 Milliarden Menschen an. In 1985, there were 5 billion people on the earth. 1985 gab es 5 Milliarden Menschen auf der Erde. In 1800, there were only 1 billion. 1800 gab es nur 1 Milliarde. There is no argument about this. Und niemand streitet sich darüber, bezweifelt das. Everyone agrees the population was 1 billion around 1800. Und jeder Wissenschaftler stimmt damit überein, dass 1800 rum 1 Milliarde Menschen auf der Erde waren. And everyone agrees the population is growing rapidly. Und jeder stimmt uns zu, wenn wir sagen, dass die Bevölkerung rapide wächst. But the world is not overcrowded. Aber die Welt ist nicht überbevölkert. You should come to America and the entire world's population will fit in Jacksonville, Florida. Die gesamte Weltbevölkerung wurde in den, is this a city? Jacksonville, yeah, one city. Okay, this is in die Stadt Jacksonville in Florida passen. that one city has 25 billion square feet. Okay, diese Stadt hat über 25 Milliarden Quadratfuß. Muss man mal, muss man durch drei teilen. Also es ist sehr groß. The world is not overcrowded. So die Welt ist nicht überbevölkert. You should drive across Kansas or Nebraska. Du solltest mal durch Kansas or Nebraska fahren. You can drive across Germany. Du kannst durch Deutschland fahren. The world is not overcrowded. Die Welt ist nicht überbevölkert. If it's overcrowded where you are, move. Wenn es dort, wo du bist, überbevölkert ist, dann zieh um. The world is not overcrowded. Die Welt ist nicht überbevölkert. When Jesus was here, there were about one quarter billion people on the earth. Und als Jesus da war auf der Erde, gab es ungefähr eine Viertel, 250 Millionen Menschen. The population growth curve shows us everything started 4,400 years ago. Und diese Wachstumskurve zeigt uns, alles fing an vor 4,400 Jahren. Ja. Ja. If you believe the earth is billions of years old, wenn du glaubst, dass die Erde Milliarden von Jahre alt ist, dann hast du ein Problem. In three million years, the human population would have grown. In drei Millionen Jahren wäre die Erdbeführung so stark angewachsen, we would now have 150,000 people per square inch. Dann hätten wir 150,000 Menschen pro Quadratzoll. That would be overcrowded. Das sind ungefähr fünf Quadratzentimeter. The moon is going around the earth. Der Mond dreht sich um die Erde. As the moon goes around, it is gradually getting farther away. Und während es die Erde